Herzlich Willkommen bei Games of Let's Play mit mir Xavax 51 Let's Play The Sims 4 Ja wie man sieht ich habe ein bisschen am Haus ein bisschen was geändert von der Räumlichkeit und dann habe ich das Haus ein bisschen erhöht damit ich da vorne so eine kleine Terrasse mit der Stiege da rauf machen kann beim Eingang und ja Küche ein klein bisschen anders aber sonst bleibt alles gleich so von Räumlichkeiten das ist immer der Vorraum und der Raum untereinander wo das so der Verbindungsraum wo man von Raum zu Raum kommt das ist das Badezimmer das ist wie ihr schon kennt die Küche dann hier ist da haben wir so eine Theke wo man auch essen kann hier ist das Wohnzimmer mit Fernseher nachher dann hier sind die zwei Computers und das ist ein Zimmer und das andere Zimmer von unseren Säcken von unseren Säcken vielleicht wird später sogar auch wie soll man sagen einen zweiten Stock geben wo vielleicht Gäste drin wohnen können und so ein Zeug kann sein muss nicht sein so das Dach kommt zuerst ganz am Ende weil wir haben echt nicht mehr viel Geld zu ja 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 passt na ich würde mal sagen dann schaue ich mal dass mal der Boden gemacht wird so wie sieht denn das aus vielleicht machen wir erst für die Küchen die Küchen die Küchen das sind am besten Fliesen aber man muss es auch sehen das sind ja nehmen wir mal die ab boom aboom aboom das so oder dann euro So, das nehmen wir mal für die Küche. Okay, für den Vorraum fließen wir ja nicht. So, okay, nehmen wir mal für uns ein Zimmer, nehmen wir mal so einen Raum und wo Zimmer würde ich sagen gleicher. So, das sind wir passen und dann der Vorraum. Vielleicht mal eher was Helles. Komm mal her und dann mal schauen nochmal. So. Nee. Nee, Mann, Alter. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Ich hab gar keinen Plan, Mann. Na ja, das machen wir mal so, dann die innere Bemalung, das würde ich sagen gleich hier Außen, oder? Aber wir machen erstmal Licht vielleicht, Moment, Beleuchtung, Mann, ich will aber so einer, die da auf der Decke hängt. Gibt's doch gar nichts, da gibt's doch was. So, dann haben wir nämlich hier eine rein, hier eine rein. So, überall eine andere, oder? Ne, war schon wenn, über die gleiche. Aha. So, hier. Hoppala. Alter. So. Na ja, das mach mal, weiß der Vorraum ist. So, da. So, jetzt haben wir auch für Beleuchtung gesorgt. Jetzt machen wir noch die Wände hier innen. Jetzt sagen die machen wir... Jetzt von außen haben wir's ja so weiß lassen. Also weiß wollen. Ja, dann lassen wir Sven schon drinnen auch weiß. So, da. Woops. So, da. Woops. So, da. Das geht schon mal gar nicht. So, man sieht schon. Das Geld ist schon fast weg. Mann komm schon. Die rollen wir mal so, hier noch, und da, dann machen wir unsere Zähne. Das war schön einfach gehalten, aber passt auch. So, nachs Badezimmer. So, ich würde mal sagen, ich glaube, ich habe alles. Ich kontrolliere noch einmal. Ich darf mir da eine Wand vergessen. Das ist nicht so toll. Aber es sieht so aus, dass ich jeder habe. Sieht schon echt geil aus, man. Es wird zu einem Haus. Naja, das Dach kommt erst, kann man. Ich weiß, wo ich helfe dafür. Oh, oh. So. Ja, von den Misskübern her. So, bis in Ordnung hier geben. Hier geht es ein Missküber. Hier geht es ein Missküber. Den hauen wir hier hin. Und den da nehmen wir weg. Habe ich hier einen Sack noch einen rein. Ja, das war eben so reichen. So, da. WC. Von WC passt eigentlich alles. Habe ich nichts wirklich vergessen. Von Betten da. Vielleicht könnte man einen Nachtschrank nehmen. Mit einer Uhr drauf. Oh. Okay, dann setzen wir sie so hin. Warte mal. Hört sich nicht noch eine Uhr aus. Das ist deswegen. So. Na, 13 haben wir noch. Spielbruch nicht. Ja, ein. Ein Blümchen. Schauen wir mal, dass es gleich aussieht. Ja, ich würde sagen, 56 von diesen Dings brauchen wir sowieso noch für Essen, was man so alles machen. Tja, muss ich sagen einmal. Lass das Spektakel beginnen. So, was hast denn du so auf deinem Herzen? Nicht wirklich was, jemand hat kein Sofa und so. Okay, das ist einfach mal sein Zimmer. Das heißt, ich hinsetzen. Oder. Das ist mein Zimmer. Und da soll ich auch mal hinsetzen. Ja, geht's ja mal in euer schönes, schönes, weißes Haus. Türen sind ja überall drin. Außer hier. Mal jetzt nicht. Gut. Weil er sitzt in seinem Zimmer. Da sieht ja schon alles mal gut aus. So, was bist denn du? Dreier Oberschüler. Beginnt in 24 Stunden. Seine Karriere. Schulische Leistung. So konzentriert. Passt. Na, bravo. Amtou macht natürlich wieder seine Alltätigkeit. Geht schon wieder, nimmt schon wieder auf. Hat die Videospielfähigkeit erworben. So. Ich sag mal, man muss eine Karriere einschlagen. Ja. So. Job suchen. Hm. Schriftsteller. Ne. Verbrecher. Ne. Tatjner. Leckermaul. Geheimagent. Technik. Guru. Maler. Astronaut. Unter Astronaut gibt's. Gibt's ja nicht so viele Jobs da. Wo verdient man mal so am meisten? Da 26 pro Stunde. Da 21 pro Stunde. 31 pro Stunde. 17 pro Stunde. 15 pro Stunde. 23 pro Stunde. 9 pro Stunde. Und 25 pro Stunde. Also als Dings. Technikguru verdient man am meisten. Technikguru. Was soll ein Ausnahmetalent wie du auf der Uni? Die Möglichkeiten liegen auf der Straße und warten darauf, von dir aufgehoben zu werden. Und das wirst du mit deinem riesigen Hirn ja wohl hinbekommen. Berufszweig E-Sportler und Start-Up-Unternehmer. Okay, also Montag und Sonntag hat der frei. Sonst hat er immer Dienst. Von 10 bis 18 Uhr. Klingt gut. 8 Stunden halt. Ja, gesucht. Live-Chat-Berater. Ja, nehmen wir einfach mal diesen Kack. Kann ich noch wechseln? Wie geht es in zwei Tagen? Vier Stunden Videospiele spielen. Ja, würde ich mal sagen. Du gesetzt dich zu... Spann mal das. Und du setzt dich zu uns im Games-Programm-Toro und dir nimmt schon mal das erste Les-Play auf. Ja. Was machst du denn du da, weil es so schön ist? Mal schauen. Kann man da zuschauen? Ja. Okay, jetzt spielt nicht das Gleiche. Aber jeder nimmt X drauf. Weißt du, was man da machen müsste noch? So was. Mal kurz in den Bau. Teil rein. Sagen wir einfach, es reicht mal so. Okay, ich gehe gerade nicht in der Mitte hier. Hm. Da kann man sowieso nicht genug Geld, okay. Ich wollte jetzt eigentlich eine, so eine Schutzwand bauen. Aber... dass er aufnimmt, dass er nichts mehr hört. Aber das ist ja eigentlich egal. Ja, super. Oh. 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 Oh, mit T kann man ja auch von oben... Also, warte mal. So, kann man von oben ziehen. So. 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 du musst in 22 Stunden zur Schule, es ist 10 Uhr, es ist ein Dienstag, aha, ja, so, 10 Uhr ins Bett, so was, so, du musst dir erst in 24, in 24 Stunden, stand nicht vor zwei Tage, 4 Stunden Videospiele spielen, 4 Stunden, 4 Stunden Videospiele, spiele Videospiele mit dem Telefon, mit dem Tablett, dem Computer oder das Motion Gaming Ausrüstung, du kannst auf das, äh, Alter, du kannst auf das Telefon zugreifen, indem du auf eine ausgewählte SIM klickst, die anderen Geräte findest du in dem Bauen, Kaufen, in der Kategorie Büro, ne, toll, Fähigkeiten, Biospiele und Fitness, hast du, oder ne, hab ich, du hast eine Videospiele, als ob ich eigentlich schon Fitness, what the fuck, ja, egal, Beziehungen, Bekannte, ja, ist voll so bekannt, sitzt nur jemand da und so, Inventar, hast du was, Inventar, hier, oh, ich muss gleich mal nach einer Hausaufgabe machen, ne, Bist ja, bist ja ein braver Schüler und machst immer deine Hausaufgaben, so, und wenn man so mal ins Telefon reinhaut, ja, und sag, du musst jetzt leider verlassen, er hat noch was zu tun, aber, äh, er wird beim nächsten Netzplay wieder dabei sein, Oh, Mann, oh, Mann, ja, da müssen wir wahrscheinlich essen und so dabei, wenn wir dabei noch nichts anderes haben, mit den Bedürfnissen, sieht ja alles noch gut aus, ja, Was hab ich denn da für Sachen? Erspartes, Erspartes Besitzen, Ja, okay, haben wir schon ausgehoben, 5000 verdient haben, Oh, jasses Maria, das wird sicher schwer, Nicht pleite gehen, Herrlich reich, nicht pleite gehen, Ja, wir haben ja, 56 von denen, komisch, so, insgesamt, ach, schon trainieren, Na toll, zwei Fitnessgeräte besitzen, Naja, Fitnessgeräte, ich würd sagen, die machen wir in den Garten, oder, ich glaub, eher in dem Raum, weil der ist so groß, und das wird sicher noch ein Problem, dass der so groß ist, Was hat denn der da? Ein Fenster kaufen, na, ein Fernseher kaufen, Boah, ich kann's schon gar nicht lesen, So viel zu verdienen, okay, Wenn du, ähm, joggen gehen, in die Küche machen, Ja, ich würd sagen, nach den Aufgaben, Nein, du hast doch, machst du keine Aufgaben, Nachher gehst du joggen, Wie lang denn, Klick, na, Ja, verpässt du joggen, ein bisschen Sport, Schau, die sich schöne Natur an, mit den wunderschönen Häusern da, mit dem wunderschönen Fluss hier, oder Bark hier, zum Relaxen, hier ein schönes Haus, und hier, hier sind ja schon Sims, Ja, 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 Da hat's die Videospielfähigkeit erworben, Das heißt, von Fähigkeiten, Okay, du hast immer noch das, Achso, ich bin Level 2, okay, passt, sieht man da schön, Alter, okay, passt, du bist fast Level 2, So, ich würd sagen, das war's für die nächste Folge von Sims 4, Oh, danach Haus kommt fertig, gehen wir schön joggen, und ja, schau, dass man nicht Fuss spielen kann, vielleicht kommt das ja noch, okay, naja, ich sag mal, das war's für diese Folge von Sims 4, vom Haus, war schon alles, noch ein bisschen die Einrichtung, halt alles verbessern, hier ist ja leer, hier ist ja leer, noch leer, hier, Ballzimmer geht eigentlich, hier, ein bisschen noch, und der Garten dann auch am Ende auch noch, und das Dach, so passt, also noch genug zu tun, aber erstmal, muss ich noch fatinen, ja, schauen wir mal unsere Kleidung an, von unserem, Spasti, oder? Wo ist denn der? Da. Ja, passt eigentlich, da lauft er, schuckt er rum und so, ja, passt, das ist unser Pudel, sehr eckig, zwischen anderen, vielleicht, was zum Zubauen und so, naja, okay, naja, wir sehen uns in der nächsten Folge, da, spielstoppen wir mal, tschüss. Tschüss.